Primus, International Printing. Hier lassen Profis ruppen. Die Realisierung höchster Produktqualität steht bei Primus an erster Stelle. Aber nicht nur das. Qualität wird heute vom Kunden vorausgesetzt. Da muss man sich doch in anderen Dingen unterscheiden. Wir versuchen für unsere Kunden immer die kürzesten Lieferzeile auszuhalten. Wir sind impulsiv, wir sind dynamisch. Wir lieben unseren Beruf. Modernste Computerprogramme und geschultes Personal sichern bereits in der Druckvorstufe ein optimales Druckergebnis. Die vollautomatisierte Druckplattenherstellung sorgt mit bis zu 12 verschiedenen Formatgrößen für einen reibungslosen Produktionsablauf. Mit insgesamt fünf verschiedenen Fertigungsstrecken verfügt Primus über ein außergewöhnlich großes Leistungsspektrum. Ein wichtiges Segment bildet dabei der Bogen-Offset. Mit einem Format von bis zu 70 x 100 cm. Wir drucken nach PSO, wir drucken hier nach absoluten Standortdichte-Werben. Hier werden Broschüren, Kataloge, Flyer, Plakate, Kalender und vieles andere mehr gedruckt. Wir drucken nach PSO, wir drucken nach PSO, wir drucken nach PSO. Der UV-Offset besticht durch seine Vielseitigkeit und herausragende, Zum Einsatz kommen hier die unterschiedlichsten Bedruckstoffe wie Karton, Folie oder Kunststoff. Im Rahmen einer hochwertigen Druckveredelung gestattet der UV-Offset die Anwendung von Lacken, Duftstoffen, Rubbelfarben und anderen Flüssigstoffen. Typische Druckerzeugnisse sind Aufkleber, Plastikkarten, Displays, Verpackungen und viele andere Artikel aus dem Bereich der Werbemittel. Mit mehr als 30 Druckwerken und einer dreischichtigen Produktion gehört Primus zu den führenden Formulardruckereien Europas. Die Produktvielfalt reicht vom einfachen Endlosformular über selbstdurchschreibende Sätze und Blocks, Schnelltrennsätze, Ringösen und Trägerbandsätze bis hin zu Banküberweisungsträgern und anderen Spezialformularen. Musik Der Kuvertdruck stellt mit seinen kurzen Lieferterminen ganz besonders hohe Anforderungen an die Technik. Mit einer Tagesproduktion von bis zu 4,5 Millionen hochwertig bedruckten Kuverts und Versandtaschen wird Primus auch kürzesten Fertigungsfristen gerecht und sichert sich hierdurch eine Spitzenposition im Markt. Musik Die Herstellung von Kalendern rundet das vielseitige Sortiment an Druckerzeugnissen ab. Dabei steht die Fertigung von Monats- und Plakatkalendern im Fokus. Weitere Produkte sind Taschen- und Bildkalender sowie Kalender und Werbemittel fürs Büro und Zuhause. Die Weiterverarbeitung bildet das Herzstück des Unternehmens. Ausgefeilte Fertigungstechnik und vielfältige Handarbeit sorgen für die einwandfreie Endverarbeitung der Druckerzeugnisse. Nach Abschluss der Endfertigung erhält die Ware eine versandsichere Verpackung und wird zur Auslieferung gebracht. Primus. Hier lassen Profis drucken. Höfall. Höfall. Vielen Dank.